Jetzt geht es los mit dem Video. Viel Spaß! Hallo zusammen, heute zeigen wir euch unsere Abendroutine. Los geht's! Ja, juhu, eine 180. Eine 180 habe ich schon lange nicht mehr geschafft. La 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 la, meine Elfe fliegt ins Elfenland. Laura, ich fahre dich jetzt in meinem Zimmer herum. Lukas, gleich habe ich dich. Nein, Schwester, hast du nichts. Ich mache jetzt das Abendessen. Wir essen abends immer warm, weil Jens bei der Arbeit nichts Warmes zu essen hatte. Ich bin wieder da. Hallo! Hallo, Papi! Hallo, Marlenemaus! Essen ist fertig. Kommt ihr bitte! Ja, wir kommen! Ja, wir kommen! Fröhlich sei das Abendessen! Guten Appetit! Nach dem Abendessen mache ich die Küche und Jens bringt die Zillinge zu Bett. Gute Nacht, Holle und Lukas. Papa hat euch lieb! Gute Nacht, Papa! Jeden Abend, wenn Mama die Küche macht, dürfen wir so lange Fernsehen schauen. So Kinder, es ist schon spät und morgen ist Schule und Kindergarten. Ab ins Bett! Wir kommen! Jetzt putzen wir Zähne und danach geht's ins Bett. Gute Nacht, Ella! Gute Nacht, Mama! Gute Nacht, Marlene! Gute Nacht, Mama! Gute Nacht, Luna! Gute Nacht, Mama! Gute Nacht, Mama! Jetzt schauen Paula und ich wie jeden Abend fern. Wir schauen die Serie Doc Martin, die in Cornwall spielt. Eine Stunde später. Eine Stunde später. Jens, lass uns schlafen gehen! Ich bin so müde! Das ist eine super Idee, mein Schatz! Jetzt bringe ich Bob zu Bett. Gute Nacht, Bobby! Schlaf schön, Mama hat dich lieb! Wenn Jens und ich fertig im Bad sind, legen wir uns ins Bett. Gute Nacht, mein Jens, Schatz! Gute Nacht, mein liebes Paulinchen! Das war unsere Abendroutine. Nächste Woche am 17. Mai kommt ein Spezialvideo online. Hallo zusammen! Das war's schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Kennt ihr auch die Serie Doc Martin? Die ist wunderschön und spielt in Cornwall. Cornwall ist eine Region in England. Wunderschön ist es dort. Es lohnt sich dort hinzufahren. Wir sehen uns nächste Woche bei einem neuen Video. Tschüss! Hat euch das Video gefallen? Wenn ja, gebt uns einen Daumen nach oben. Wenn ihr bei Ella klickt, könnt ihr unseren Kanal abonnieren. Tschüss! Bis dann! Untertitelung des ZDF, 2020